Das ist natürlich der Glasdruck, da musst du auch immer wieder gut ankrabbeln. Oh Mann! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das ein Ding! Kann da mir wirklich alles kalt bei werden, wenn man die sieht hier. Okay. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Vielen Dank.